Heut wieder mal nach der Kurban, die Basis liegt genau auf, probieren wir mal aus, nicht? Ja, auch passend, dass es nicht zu weit nach oben geht. Hast du, da ist jetzt mal ausgedacht, unter den Wolken. So, jetzt nehmen wir raus. Jawoll. Dann schauen wir uns das mal an. Komm mal, direkt voraus, das nehmen wir mal. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert auch. Ach, wie man das denkt? Sagt der Wien? Wie denn so geile da? Es ist doch gerade noch kleine Wolkenhaus da hinten. Schauen wir mal zu denen. Wo, da? Wir schauen mal kurz, was das so ist. Bitte schön. Und noch, da müssen wir hochhauen dann wieder. Wird schon wieder sitzen. Ja, ein bisschen weiter so mit dem Hang. Da zwischen die Wolken rein. Da fliegen wir weiter. Wir sind mal nicht mehr weitergekommen da. Einmal liegt ganz nett an den Wind. Es tröpfelt ganz leicht. Nicht regnen. Nein, nein. Wieso regnen sie jetzt da? Wieso regnen sie jetzt da? Ich freue sie sind und wieder gar nicht so geschickt. Aber jetzt da tröpfelt es einmal gescheit. Das dauert man gar nicht so. Tröpfel die Tröpfel. Woher kommt der Regen? Das da. So, jetzt hast du zwei ein bisschen geregend. Jetzt schieft es gescheit. Ich würde jetzt eigentlich recht gerne trocken fliegen, aber das wird es halt auch nicht ausgehen gerade. Schau. Es ist überall blau. Kannst du jetzt aufhören bitte zum Regnen? Was soll denn das? Ich bin in der Sonne. Da regnet es nicht. Alles nass. Es hat einmal aufgehört zum Regnen. Ich bin eigentlich direkt über dem Reckenhof. Ich werde einfach gern jetzt nur ein bisschen eine Höhe machen, damit ich noch ein bisschen fliegen kann. Da vorne ist mein Freund der Vogel. Zu dem werden wir jetzt mal hinfliegen. Ah ja. Tschau an. Danke Freund Vogel. Schade. Schade, schade. Da wo ich nicht mehr brauche kann. Da darf ich aufhören. Da darf ich aufhören. Was ist in Ordnung so? Ich lasse. Ich lasse. Ich lasse. Das ist stark.